Hallo und herzlich Willkommen an der Nordseeküste im Herzen der Hafenstadt Emden in Ostfriesland. Wir befinden uns hier vor unserem Helihaus auf dem historischen Gelände der Karl von Müller Kaserne. Karl Friedrich Max von Müller war ein deutscher Kapitän zur See und der letzte Kommandant des kleinen Kreuzers SMS Emden. Noch bis 1997 war hier das Abwehrbataillon 110 der Bundeswehr stationiert. Heute dient dieses historische Gebäude einem wirklich schönen Zweck, denn wir haben es ganz speziell für unsere Mitarbeiter und Kunden umgebaut. Ich würde euch dieses Haus jetzt gerne mal von innen zeigen. Kommt doch mal mit. Das Helihaus befindet sich sehr zentral zu allen wichtigen Punkten. Die Anfahrt zur Heliservice dauert nur fünf Minuten und auch zu Fuß sind die Supermärkte gut erreichbar. Ebenfalls gibt es eine sehr gute Anwendung zur Autobahn. So ist man beispielsweise in einer Stunde in Bremen oder wahlweise in Groningen. Und jetzt kommt doch mal mit. Ich zeige euch das Herzstück des Hauses. So, da sind wir. Wir befinden uns hier im Gemeinschaftsbereich des Helihauses. Hier ist die Küche, der Essbereich und das Wohnzimmer. Die Mitarbeiter treffen sich hier abends zum Kochen, quatschen und relaxen. Wir sind hier im Wohnzimmer und wie ihr seht, haben wir für unsere Mitarbeiter hier in Emden ein echtes Zuhause geschaffen. Vom Gemeinschaftsbereich direkt in unsere Bibliothek. Hier können unsere Mitarbeiter arbeiten, ganz entspannt ein Buch lesen. Des Weiteren finden hier Management Meetings oder auch CRM Trainings für unsere Piloten statt. Wir befinden uns hier in einem der Apartments im Helihaus, ausgestattet mit einem separaten Schlafzimmer und einer Küchenzeile. Dieser Zimmertyp wird ausschließlich für unsere Kunden und Vertragspartner freigehalten, die den Gemeinschaftsbereich unten nicht mit benutzen. Dieser wird nur von den Mitarbeitern genutzt oder von Kunden, die auch ein Frühstück dazu gebucht haben. Durch unsere komplett ausgestatteten Wohnungen und Apartments als auch dem optionalen Frühstück bieten wir unseren Kunden somit ein Gesamtpaket an Komfort hier in Emden. Und auch unsere Mitarbeiter können sich wohlfühlen. Neben dem großen Gemeinschaftsbereich sind alle Zimmer mit einem eigenen Bad, Fernseher, Schreibtisch und Schrank ausgestattet. Da der Großteil unserer Mitarbeiter nicht in Emden lebt und nach einem 14-14 Schichtsystem arbeitet, haben wir ihnen in Emden somit ein zweites Zuhause geschaffen, wofür so gut wie alles gesorgt ist, inklusive der täglichen Reinigung der Zimmer und einem Handtuchsservice. Wo wir gerade von den Extras sprechen. Neben dem optionalen Frühstück gibt es noch kostenfreie Parkplätze, WLAN, eine Waschküche, dazu buchbare Kellerräume und einen Fitnessbereich, den ich euch jetzt gerne zeigen würde. Hier in unserem Fitnessbereich findet ihr eine große Auswahl an Geräten für Cardio und Krafttraining. Mein Name ist Julia Hoge, ich bin seit drei Jahren bei Heliservice und ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in unser Helihaus gefallen hat. Bis bald!